Musik 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 We are located in Heirodsberge near Magdeburg, Germany, and today we are starting preparations for our fire tests. At the moment, workers are beginning to set up the scaffolding, which will hold the pipelines and rotors of our 1.7 firefighting system. Music 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 Nachdem der Gerüstbauer das Gerüst fertiggestellt hat, wird heute die Rohrleitung installiert. Nachdem die Schaffoldung eröffnet wird, die Pipeline construction wird installiert. Während der Feuer test wird, unsere Compressed-Gas-Folm fliegt durch die Pipeline in order in order to successfully extinguish the fire. Das ist der 1.7 Extinguishing Container. Hier haben wir ein komplett stationärer System, including ein Wasser Tank, Compressor, Pump und der 1.7 Foam Module. In der Foaming Module, Wasser wird mit speziell-developed 1.7 Foam Concentrate und Air. Die 1.7 Compressor-Gas-Folm wird dann in die Stinguishing-Area geöffnet. Wir haben verschiedene Besucher eingeladen, einfach weil sie es interessieren können, aus den Fachkreisen, die das betrifft, zum Beispiel Versicherungswesen. Wir haben Gäste und Experten aus einer verschiedenen Industrie, wie Inhalte und Recycling-Folm. Ein Feuer-Test wie dieser, kann nicht jeden Tag passieren. Bei jedem Feuer-Test gibt es etwa 10 Tonnen von Papern in der Feuer-Chamber. Das ist deshalb, dass wir auch die Universitäten von Universitäten und das FEDERAL-Institut für Material-Rechere, die die Tests anschauen. Wir haben die Vorbereitung in den letzten Tagen abgeschlossen. All the preparations have successfully been completed and we're now ready for the first test to begin. Und das haben wir im Leben auch noch immer noch einmal von 3-1. Und auch noch einmal von 3-2. Und das gibt es auch Gesellschaft, die die Tour-Seite und die Tour-Seite und die Tour-Seite. Und das haben wir auch noch einmal von 4.1, oder? Das, was wir auch noch einmal von 4.1, oder? Und das wohnen wir auch noch einmal von 4.1, oder? 5.1, oder? Wenn das wäre schon einmal von 4.1 oder? Das wäre doch genau so, dass ich euch da noch einmal von 4.2. Es ist ganz interessant zu sehen, also im Recycling der Material, und welche Möglichkeiten er dort in einer Brandbekämpfung durchgeführt hat. Es war sehr interessant, zu sehen, all die Möglichkeiten, die man hat, zu extinguieren und recycelnungsmaterial, mit einem stationären Extinguishing System. Es ist unglaublich, zu sehen, wie ein System wie dieses System kann. Das System funktioniert sehr gut. Wirksamkeit der Löschanlage mit einer sehr kurzen Auslösezeit. Für uns als Sensorenunternehmen, für uns, eine Recyclingfirma. Die Feuer-Tests waren sehr beeindruckend. Wir müssen immer aufhören, wenn es zu Themen wie Feuer-Load und Feuer-Protektion geht. Die Tests waren ein großer Erfolg, und in unseren Fakten, das 1.7-Distinguishing System wäre sicherlich eine gute Lösung. Die Brandbekämpfungen sind sehr gut gelaufen. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben hier drei Wochen vorbereitet. Die Feuer-Tests waren gut, und wir waren sehr glücklich mit den Ergebnissen. Nach drei Wochen der Präparation, wir waren able to carry out drei Tests. Die erfolgreiche Ergebnisse betrachten, dass wir unseren Kunden eine rechtfertigungsvolle Lösung geben können. Jetzt, dass die Effektivität unserer Systeme verabschiedet wurde, von einem independenten Institut, kann ich mit Sicherheit sagen, dass das 1.7 Stationäre System eine gute Feuer-Protektion-Solution ist. Die Realien, die wir getestet haben.